hallo und herzlich willkommen hier ist der guzor wieder er ist wieder im ne ich bin nicht mal im boost kann ich ja gar nicht sagen auf jeden fall bin ich wieder am farmen unterwegs mit barge und will halt einfach mal den loot noch nutzen den ich halt noch nach dem update hatte jetzt hatten wir ja nach dem update noch mal und moritz war ja klein moment ich bin noch in der aufnahme aber alles easy erzähl nice mastischen bildschirm betragen haben wir das kleinen moment jungen kleinen moment warte mal ich bin gerade mega im angriff habe gedacht du würdest noch schön hier am stream sein nein einfach wirklich von der von der zeit her ist es halt einfach nicht mehr drin ich muss ja ein bisschen was produktiv machen hier dass man wieder ein paar videos an start bekommt weil hast du das mitbekommen mit der wartungspause ja es war nämlich kurz danach noch mal eine wartungspause und dann und die war jetzt zum glück zu ende sonst hätte ich nämlich angefangen zu weinen weil dann hättet ihr nämlich gar nicht streamen können ja genau wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen was gefixt ja denke ich auch dass das jetzt einfach noch mal schmogockeliger läuft und dann passt das alter dicker warte kleinen moment alter dieser tragic hat auch schon alles gejammert oder was ich mach mal hier bildschirm über tragung so ähm nebenbei halt einfach mal mega loot alter na klar loot ist einfach gut zwar nicht mehr so krass als vorher aber es ist hä alter was ist mit dir junge ich habe jetzt gerade wieder das ist jetzt wieder ein 700k gegner mit ja klar aber nicht trotzdem nicht so geil wieder vor reicht genau danach kommt da genau danach was hat einfach der oberhammer ja ja so reicht auf jeden fall und ich denke mal ich werde auch noch mal ein boost raushauen weil ich meine ja wen interessiert wie gesagt ich finde es so mega mit denen mit denen 9 ich glaube der ich gucke gerade so ein paar streams ne da glaube ich einer verbänd das ist ein townhall 11 update ist der hat einfach townhall 9 update geschrieben ok schade für ihn ich hätte halt auch nicht gedacht dass es so ich lass ihm erstmal schön 200k gold lass ich ihm ja die kann er erstmal behalten das ist in ordnung ich will dein gold nicht loot ist back mal gucken was hier oh ja die wiederholungen gehen schneller ja loot ist back auf jeden fall würde ich sagen und hier er hat auch den den wächter gucken wir mal ernsthaft ja ja nein wie denn ach so der typ der angreifen der jan hat den wächter jetzt gucke ich gucke gerade mal ob er ihn irgendwo droppt aber der geht schon richtig übel ab also wie sieht es bei dir aus bist du nur am jammen oder was ich ja ja ich gem das dann auch heute abend noch im video ah ja genau nehme ich dann auf lade ich morgen hoch und da hier ist der wächter hier ist der wächter was ist das guck mal na ich weiß sieht echt mega geil also der shootet echt hart also und und einfach die reichweite die reichweite the distance ist einfach mal mega kommt dann bald wächter walk oder was nein nicht von mir na geht ja nicht guck mal was der aushält warum geht wächter walk nicht naja town hall 9 bin ich oh stimmt da war ja was da war ja was da war ja was ja 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 müsli oh schön noch das dunkel gegettet ey oh so krass und jetzt ist er sogar noch schön mit zwei stern dabei und jetzt ist dunkel gezogen oh mega geil vor allem der loot bonus ist ja auch viel größer geworden hast du gemerkt dass der sie jetzt prozentual verändert ja ja genau das ist man kriegt maximal anteil bei 100 prozent dann immer prozentual halt genau also nur noch town hall bringt echt nichts dann bringt es halt echt richtig was wenn du halt noch irgendwelche bauhütten oder sowas weg ballerst dass du auf ein paar prozent bekommst ja apropos alter mein village guard läuft jetzt glaube ich aus deshalb ich muss mal schnell äh hier abchecken ich muss erstmal abchecken dass ich noch ein paar mehr ein bisschen hier habe ich ein paar boogies rausgenommen und schon kann ich wieder eine mauer zähnen nice ja das ist ziemlich geil äh 10er bist ja mittlerweile echt richtig richtig gut dabei äh wirklich muss ich sagen also 2 zu 4 kriegen wir hin ähm guck mal hier wenn ich jetzt reinschaue layout anpassen ich bin mittlerweile bei 145 10er mauern alter jetzt läuft es so richtig aber ist es da ist da das design geändert worden ja hier was wundert da und dann auch nochmal gehen wir da rein gehen wir layout anpassen da unten die gebäude wenn du mal alles löschen machst ist doch auch anders ein bisschen ja ein bisschen das stimmt ja also ich bin mir ziemlich sicher dass es vorher ganz anders aussah nö nicht ganz anders aber es stimmt schon ein bisschen ja hast recht doch doch ich schaue jetzt gleich mal ganz kurz in alten dort in alten also ich bin mir ziemlich sicher dass es wirklich fast ganz anders aussieht so auf jeden fall passt das hier so ich schaue jetzt mal speed build also ich guck mal hier glücksritter hat verteidigt und glücksritter hat auch schon gejammt ne und hier sehen wir hier sehen wir auch das verteidigungsgebäude einfach aber jetzt natürlich die frage den falken hat noch keiner doch der baut den gerade da ja aber hat eben noch keiner jetzt so offen am start so meine ich das naja doch es hat sich schon ganz schön geändert guso ja ok diese streifen und alles sind dazu gekommen also sieht jetzt viel fresher aus so ich guck mal weil ich mich jetzt auch gleich dann mal wenn ich das anfangen zu jammen direkt mal dran machen kann mir eine 311 Basis zu bauen ne ja boah hier guck mal den Loot an guck dir mal bitte den Loot an ja ich hatte ne 1,5 Millionen Rate sehr geil das ging richtig schön ab krass alter die ganzen Basen guck mal er ist in Meister 3 Junge und der hat Townhold draußen und ist total inaktiv wie krass sowas ist ey jetzt bin ich aber mal gespannt wenn ich mich jetzt hier nochmal neu einlage minus 5 Pokale gut mein Rathaus wurde gesniped wow ah fuck aber mir wurde ach fuck mir wurde Loot abgezogen stimmt mir wird ja jetzt Loot abgezogen ja aber auch nicht so massig ja 70k aber trotzdem 70k hattest du voll oder was ja beides 8,5 ja nochmal ne andere Sache also klar ist es jetzt zwar im Video aber das ist dann egal ähm ich hab mit Tobi gequatscht und äh das hat sich geklärt also ähm das ist so die die haben untereinander haben die also in dem Clansbill Talk haben die die äh ja jeder ist für mehrere Accounts sozusagen zuständig dass die untereinander halt wechseln können und das hat irgendein anderer geschrieben und er wusste das gar nicht und jetzt ist es einfach mega gut dass man sowas halt bei sowas einfach mal das rausgekommen ist in Anführungsstrichen ja wenn das halt stimmt das weiß man halt jetzt nee klar logisch muss man jetzt halt sagen ja bloß guck mal sonst hätte er jetzt wiederum auch gesagt äh naja wenn ihm nichts daran gelegen ist sag ich mal weißt du dann hätte er jetzt sagen können äh jo ist halt so unfertig er ist halt ein Penner hätte er ja sagen können also ich hab mir weiß mich jetzt schon wieder ich hab mir ein Village Guard für zwei Stunden gekauft ja für zehn Gems ja und wurde aber jetzt angegriffen und hab noch zwei Minuten drei Sekunden left äh läuft bei dir hä COC Glitch direkt neues Video ja genau ah ne wahrscheinlich war mein Village Guard schon abgelaufen und der ist jetzt nochmal neu genau der ist jetzt nochmal neu dann kriegt er jetzt irgendwie fünf oder Minuten oder so ja ja irgendwie sowas da war irgendwas so jetzt will ich aber ich muss mal gerade gucken ich muss mal gerade überlegen äh die boah ich hoffe ich hab genügend Gems jetzt die Gameplays warte mal in welchem Clan bist du gerade? ähm Hashtag Clash Army äh wie viel Pokis ungefähr 15.000 ach hier schlossen war ne ne nicht das nicht der ähm ich kann aufmachen kurz ne ich will nur sehen ne brauchst nicht äh erzähl mal äh da unten ähm wir haben gerade 16.000 Pokale rot-weißes Wappen muss wahrscheinlich Glanz meinst du so viel ja tausend Pokale ne ne 16.000 da ja ja so jetzt gucken wir mal bei diese Jax rein Hashtag Schmuckockel ja genau wie ihr erstmal instant schön hier Truppen abzieht alter dafür muss man dich gleich immer dedossen oh komme bin ich jetzt essen okay ich würde mal sagen du hast ordentlich Loot am Start was wird das erste sein was gejammt äh beziehungsweise ja klar gejammt wird das Townhall klar was holst du dir danach den neuen Helden mit dem Elixier mhm dann ähm ich weiß noch nicht genau dann werde ich wahrscheinlich den den Magierturm die Kanone und den X-Bogen und die paar Sachen machen und dann halt noch die Adler ja Adler Aslak und dann bin ich ja schon durch gut dann isst du erstmal und ich hau mein Video zu Ende ich wünsch euch was jo viel Spaß noch und euch viel Spaß beim Zuschauen genau whatever bis dann ciao ciao beim Zuschauer vorbeischauen bis dann